Willkommen zurück bei Half-Stone zu einer relativ erfolgreichen Arena-Runde sogar mit der Magier-Arena. Ich könnte natürlich aufgeben, weil ich denke ja nicht dran. Wir haben drei Siege, zwei Hinterlagen, also bisher insgesamt fünf Matches und wir machen einfach mal weiter. Spricht ja nichts dagegen. Ich hoffe, wie lange das noch so weitergeht. Also, ich finde es aber schön, weil meistens endet das bei mir tatsächlich hier damit, dass ich eher hauptsächlich Niederlagen einstecken muss. Das ist jetzt so gut funktioniert. Das ist ganz in Ordnung. Wir sind zuerst dran, nicht in der Moment immer die beste Ausgangsposition. Ihre Raketenschützeln ist zwar gut, aber hier ist es so hoch, wir lassen das erst mal. Bei Karten mehr ziehen ist auch in Ordnung. Das ist ganz in Ordnung, vielleicht können wir ihn sogar hiermit verwenden. Wir haben ein bisschen schwach, aber seit man will, ist es dann noch ein fairer Spott. Und Spott ist meiner Meinung nach auch das, was einem am meisten den Hintern rettet. Weißt du, zumindest das Gefühl? Er hätte eine Karte mehr, da muss natürlich hier Bananana. Bananana. Komisch. Bananana. Bananana finde ich eigentlich besser. Ist wahrscheinlich ein Absicht, dass man sie aussprechen kann. Ich meine, ich habe ja jetzt noch einen relativ einfachen Namen. Entschuldigung. Aber ja, Bananana ist ein bisschen Bananana. Bananarama. Ich glaube, das ganze Commentary wird dann hier so laufen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal nicht. Läuft aber ganz gut bisher. Wir haben einen Schaden gemacht, noch keinen Schaden gekriegt. Und dann muss der Gegner natürlich eine Karte ausspielen. Wer ist das denn zu fassen? Ja, ist es. Ich bin die. Weil er wird jetzt wahrscheinlich den Ding richtig niederreißen. Und wir können dann mit dem tatsächlich 8 Schaden machen. Und zwar am besten irgendwo im Gesicht der Magie. Erinnern, also nicht unserer, sondern am bestenfalls der von der Gegnerischen. Mal schauen, wie das so läuft. Also ich sage voraus, dass er mit seinem Drachen jetzt hier den Typie angreifen wird. Dann noch zwei Punkte in seine Fähigkeit investieren, um dann halt das niederzureißen. Das wird dann vielleicht auch gewesen sein für seinen Zug. Wäre sehr zu hoffen, dass er nicht noch irgendwas komisches macht. Ich würde in Wolken am liebsten sogar einen zurückziehen und dann halt nochmal neu einsetzen im vierten Zug. Aber ich glaube, obwohl das ist dafür jetzt immerhin im fünften, aber ich glaube, das wird sich nicht ergeben. Da wäre ich stattdessen wohl lieber noch ein paar Karten ziehen. Ja, mach das einfachste. Genau. Sag ich doch, hau mein Schild weg. Danke. Das fällt auch mal so, aber... Guck, guck. Acht Schaden incoming. Hm, ich könnte jetzt auch die mit einer Eislanze den Charakter einfrieren. Ach, scheiße, stimmt ja. Pech gehabt. Jetzt ist natürlich klar, wer den See angreifen wird, aber ich meine, ich habe schon mal neun Schaden gemacht. Kein Schaden kassiert. Oder es ist mit einem relativ kleinen Aufwand an Karten... Einer, der ist auch ein bisschen Karten überhand. Was nicht wirklich ein Problem ist bei dem, was ich habe. Damit komme ich schon gut klar. Ich meine, wenn er sich entscheidet, mit dem Ding direkt anzugreifen, kann ich den Warg noch mal zurückziehen. Mit dem Braumeister. Hm. Das ist natürlich die Frage, will ich den Warg noch mal sonst mit dem Braumeister. Ich meine, ich kann da jetzt durch das Ding durch, aber das bringt mir nicht viel, weil ich dann keine Karten mehr auf dem Feld habe. Sport, Todesröchel, ja, stimmt ja, ja, ja. Hm, klingt gut. Kann einiges kaputt machen. Will ich den noch mal angreifen. Ich glaube, das ist magische Fähigkeiten und so. Ich glaube, es ist bei einer Kreatur mit zwei Leben tatsächlich problematisch sein kann, die am Leben zu lassen. Gegen einen Magier. Dann mache ich lieber den größtmöglichsten Schaden. Und lass mich in dein Schaf verwandeln, dafür zum Dank. Ja, ja, jetzt sieht es gerade gut aus für dich. Freu dich nicht zu früh. Weil das Schöne ist ja, ich kann jetzt einer seiner mächtigen Karten mit einem Schaf vernichten. Das finde ich scharf. Wie gesagt, schlechte Wortwitze, tut mir leid, aber was besser fällt mir auch nie ein. Muss an dem Ball noch eine Taktik aufrechterhalten. Du musst den Anschein einer Taktik. Ja gut, die ist aber im nächsten Zug sofort weg. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Hm. Will ich den spielen? Oh. Hm. Ich glaube, das ist die gleiche Taktik, die ich hatte. Ja, ja. Ich weiß schon, was Sache ist. Ja, aber will ich in den kleinen spielen. Soll ich den invaden? Soll ich den mal Eislanze zu schmeißen? Ich glaube, ich schmeiße ihn wieder eine Eislanze zu. Dann passiert das und ich spiele da noch den. Ja, danke auch. Die Wahrheit ist mein Schild. Hm. Okay, das Ding werden wir billig nicht erledigen können. Sollte ich das mit dem Ding angreifen? Ich glaube, wir können ihn jetzt quasi aushandeln. Machen wir. Mache ich sofort. Und damit du ja nichts zu lachen hast. Naja, es ist eine Scheißidee. Ich ziehe beim Parkaten. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist auch in Ordnung. Weil den kann er nicht überleben. Es sei denn, wir können ihn jetzt entfernen. Dann ist das eine Idee. Allerdings, wenn sie ihm jetzt schon einen Schaden verpasst, dann kann ich das später auch machen. Hm. Ich hab's erwartet. Echt, die Karte gab ja nicht den anderen auch erledigt. Aber sofort. Ja, aber jetzt kriegen wir auch ein bisschen was ab. Lass dich im Herzen sprechen. Ja, das war zu erwarten. Dem zum Schweigen zu bringen. Was wird mir das bringen? Ich glaub, so einiges. So, wir machen das mal. Sehr schön. Ich glaub, da hol ich eben auch noch mal eine rein. Just in case. Mit schöne, viele, kleine auf dem Feld. Die haben halt, wenn er jetzt, ähm... Ich meine, ich will wahrscheinlich den Ghoul angreifen. Ne, er greift uns selber an. Selber schuld. Oh. Oder auch nicht, wenn er jetzt mehrere davon hat. Ja, gut gespielt. Äh, sonst hätte ich jetzt nämlich tatsächlich auch meinen Ghoul richtig hoch, äh... Ein-Deckel-Standard. Das ist gut. Immerhin, da sind es schon mal 100 Goldstücke. 135. Also es hat sich an sich schon fast gelohnt. Dämonenfeuer. Ich hätte lieber ordentlich Arkanstaub gehabt, aber wir gucken mal, was in dem Ding nicht drin ist. Ich muss die Folge jetzt ein bisschen ziehen, damit es tatsächlich halt nur 5 Minuten sind oder so. Okay, machen wir jetzt mal die Karte auf. Ich zeige mal, was du hast. 5 Karten. Ausweiden. Verursacht Schaden. Kombo. Ah, 2 Schaden verursacht stattdessen. 4 Schaden. Kultmeisterin haben wir, glaube ich. Das ist eigentlich eine sehr schöne Karte. Segen der Weisheit haben wir auf alle Fälle. Vielleicht können wir das dann halt vernichten. Beschwörungsportal Hexenmeister. Das ist eine coole Karte. Ich spiele nur Hexenmeister nicht als oft. Ich habe übrigens mal angefangen, wirklich alle Karten, die ich nicht brauchte, für meine Decks, aber zumindest fast alle, zu vernichten. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das kann ich gebrauchen. Für die meisten meiner Decks. Also, das bleibt am Leben. Bei anderen Karten musst du mal gucken. Vor allem, was dreifach ist. Wir gehen mal in meine Sammlung. Gehen mal in den Herstellermodus. Da gab es doch einfach mal hier... Können wir ja nicht mal irgendwie alles zerlegen, was wir nicht brauchen. Da gehen wir mal auf fertig. Vielleicht verrägt das ja was. Naja, müssen wir schon gucken, was wir hier dreifach haben. Das ist aber eine Scheiße. Da gab es... Ach, wir sind gar nicht im Herstellermodus. Ja, danke. Wie kann ich denn hier so möglichst schnell vernichten? Hallo? Ich sag mal, können wir hier nur das Ding ausschalten, aber jetzt mal wieder aus dem Herstellermodus raus. Was auch hier oben geht, deswegen habe ich das gar nicht verstanden. Da gab es doch mal sowas, wo man auch Karten, die dreifach drin sind, zerlegen konnte. Wir gucken, ob wir mal durch. Dass ihr das auch mal seht. Ja gut, hier sind jetzt offensichtlich Sachen, die wir überhaupt behalten sollten. Vor allem diese Falle, sollte ich mal mit Jäger anfangen, was nicht ausgeschlossen ist, weil ich mittlerweile relativ viele Klasse spiele. Oder es zumindest war so, ich bin halt bei den meisten hier nur nicht allzu gut drin. Dann, Assfressende Hygiene wird auf keinen Fall vernichtet. Das ist auch eine gute Karte. Ablauernbogen ist auch eine gute Karte, die uns in letzter Zeit relativ oft gebufft oder debufft wurde. Da waren sie wohl ein bisschen was am Feinheitstellen. Bei den Karten muss man auch gar die JAS nachgucken. Die bleiben alle drin. Vor allem der hier, den hätte ich gerne in meinem Deck gehabt, in dem Teil. Seegenderweise, wir haben ja jetzt zwei davon. Ja schade, ich gerne eine dritte davon, weil dann könnte ich jetzt welche zerlegen. Gut, fünf bringt auch nicht viel. Also die guten Karten kosten alle mindestens 400. Von daher werde ich wahrscheinlich nie im Leben irgendwo, irgendwie irgendwo hinkommen mehr damit. Weil schon gewisse Karten ist zu haben. Ausweiten bringt mir auch fünf. Das ist es mir auch gar nicht wert, weil... Wenn ich das jetzt spiele, übrigens Combo heißt, dass man vorher in dem Zuge noch eine andere Karte ausgespielt haben muss, dann funktioniert das halt. Wusste ich das auch nicht. Habe ich dann bei den Typen festgestellt. Geister, dann verleiht ein... Achso, er ruft den Diener erneut dabei. Das ist ziemlich cool. Kann man so seinen Haupttypen retten. Ja, das wird auch noch fünf, dann brauchen wir auch gar nicht gucken, weil es ist meistens überhaupt nicht wert. Bestellungsportale habe ich jetzt zwei und die möchte ich dann auch behalten. Würden wir auch nur fünf bringen, also... Seelen 7, 20, verliert ein D-Dachstabber um Helden. Drei Leben wieder her. Ja, das ist eine gute Karte, um was loszuwerden. Nein, danke. Ich meine, ich könnte sagen, ich werde diese Decks, die sie im Leben spielen, dann wäre es eine Möglichkeit. Schildschlag bringt 100. Hm. Okay. Das kann weg. Ja, ja. Einige werden sich jetzt vom Kopf hauen, aber ich spiele das Ding eh nicht. Und jetzt können wir nämlich auch mal wieder andere Sachen herstellen. Toben. Weil der verlässt den Diener ja vergisst, dass das bleibt. Weil Schilde muss man erstmal aufhauen. Das kann ja auch, ähm, verdammt stark werden, aber, ähm, das ist eine so situationsabhängige Karte. Und das bringt die wirklich was. Finde ich. Also dafür müsste man schon eine so gute Verteidigung haben, dass man im Endeffekt einfach nur die Dinge aufrüsten kann, damit es wirklich was bringt. Und so viel ist das nicht. Ich meine, man kann es unendlich buffen, das Schild, aber... Nee, habe ich mal probiert, war nicht mein Fall. Ich kriege hier jetzt mal einen Angriff von einem Diener Schaden. Also ich werde jetzt nicht anfangen, hier irgendwas aufzubauen. Das mache ich dann ohne euch. Also, was ihr jetzt auch mal gesehen habt. Ähm... Da kommt, sagt mal was, was neu ist. Hm? Okay. Also ich habe mal überlegt, mal die zu entzaubern. Die bin mir nämlich auch 100. Das Problem ist, ähm, ich mag die Wichtelmeisterin eigentlich. Das ist die goldene Variante. Und die nicht goldene würde mir auch zum Herstellen 100 entziehen. Und jetzt scheint mir immer so der Faktor 5... Noch mehr hier sogar. Also der Faktor, der hier zwischen den, ähm... Herstellen und Vernichten der Karten, der ist echt verdammt hoch. Okay, da ist die Frage, will ich eine weitere Kultmeisterin haben? Bringt mir 5, die Karte bleibt. Bringt mir jetzt 20, aber die Karte bleibt auch, weil da freue ich nur an und die ist verdammt wertvoll. Nur mal so zu schauen, was so das Spiel als, ähm, von den Dinger für einen Wert nimmt. Da haben wir das Ding. Bringt 20, aber ich werde die auf keinen Fall wegkauen, weil... Die brauche ich einfach. So, wir können mal hier gucken. Der würde mich 400 kosten. Also ich bräuchte noch... ...vier weitere solche Karten, wie ich gerade zerlegt habe. Und... Äh, die meisten Karten sei da lieber behalte ich mal. Und wo ist jetzt Hogger? Das wäre mir mal interessiert, was der so kostet. 1600, ich habe es befürchtet. Also ich glaube, Hogger werde ich nur kriegen, wenn ich ihn in einem Deck kriege. Die Wahrscheinlichkeit davon ist unglaublich gering, aber sie ist vorhanden. Vielleicht gibt es auch mal eine Belohnung durch die, ähm, Arena. Aber generell, ich glaube, Hogger wird es nicht werden. Ich kann auch leider nicht alle Karten zerlegen, die ich habe. Ich kann jetzt auch zum Beispiel seelengebundene Karten anzeigen. Das sind auf einmal deutlich mehr. Vor allem bei dem, wo ich viel gespielt habe. Sagen wir mal... Ähm, nee, wo ist der Priester? Ich kann mit dem Symbol hier oben nicht wirklich viel anfangen. Das ist zum Beispiel, kann ich nicht zerlegen. Seelengebunden. Die Karten können weder hergestellt noch entzaubert werden. Also das könnte ich hier so einiges aussortieren, weil... Ich brauche hiervon bei weitem nicht alle. Ich brauche die nicht alle. Ich brauche hiervon auch keine vier Stück. Und sonstige Sachen. Aber ich denke mal, soll es dann auch gewesen sein. Hier, wir können euch nochmal ein normales Match machen. Vielleicht sogar mal ein gewertetes. Ich habe nochmal einen auf der Nase. Also hier Level 19. Das heißt, ich kriege jetzt am Ende des Monats, was in ein paar Tagen sein wird auch endlich mal ein... Für euch wird es halt, dass wir wahrscheinlich als nächstes Mal irgendwann rauskommen. Für mich ist gerade Ende September. Ne, nicht mit dem Christpister, wir nehmen den bösen Priester. Ähm, werde ich ja ordentlich mal einen neuen Kartenrücken kriegen. Das Blöde ist, ich habe damit angefangen. Ich war hier auf 25, weil ich dachte tatsächlich, dass die Ränge hochgehen und das dann irgendwie schon von den ungewerteten Dingern doch was gewertet hätten. Keine Ahnung. Weil ich mir das ja auch nicht vorstellen konnte, wie ich da auf einmal auf 25 kommen sollte. Heils in niedriger Ränge, das darf ich besser. So. Was haben wir hier? Nichts wirklich Interessantes für den Anfang. Also darauf kann ich verzichten. Darauf auch, da bin ich noch genug. Den möchte ich gerne behalten, erstmal. Ach, kommen schon eine kleine... Eine kleine, aber feine sexy DIN-A-Karte, bitte. Komm schon. Ich glaube, wenn jetzt der Lepra-Gnom kommt, aber... Ne, den haben wir hier gar nicht. Ah, ich soll doch noch darauf klicken. Ähm, wenn das jetzt mal gespielt werden kann, wird es lustig. Das hat mir auch schon als einer normal. Wäre Abzug 3 möglich. Ich würde mal jetzt erstmal nicht allzu viel bringen. Ich meine, ich habe hier dann auf dem Feld, aber... Bisschen, die wir hier einsetzen können, also auch wirklich hier, äh... Mal die Magierin ein bisschen neidisch machen kann mit meinem... Anti-Heil-Skill. Das wird eine Weile dauern. Ja, ja. Ja, wenn wir jetzt könnten 3 spielen, bringt mir nicht wirklich was. Wir setzen das aus, und... Ja. Ich bin ja wahrscheinlich will ich im nächsten Zug die. Wir landen dann auf dem Feld, dann wird das eine andere Sache. Aber es ist eine so eine Karte, von der ich finde... ...dass sie nicht allzu lange draußen sein sollte, weil... Ich meine, ich kann in meinem Heil-Ding dann sehr viel kaputt machen. Aber ich kann meine Leute damit nicht beschützen. Und du klingst, als hätte man dir die, ähm... Schill mit einem Kabelbinder abgebunden, aber... Ja, jedem das sei, ne? Ich will ja die Leute nicht verurteilen, oder? So, und der wird es jetzt wahrscheinlich aus der Frage, was denn ist das für ein Ding? Weil der wird ja wahrscheinlich alle seine Leute drauf schicken, was er auch nicht bringt. Oder er haut es ja jetzt irgendwie anders weg, was er natürlich auch... ...dementsprechend... ...genau... Ist das denn eine andere Garte treffen können, also ich bin damit zufrieden. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr! Wie gesagt, das ist eine Karte, die man sieht eigentlich relativ oft... ...und man hat es jetzt auch nur relativ kurz zu sehen, aber... ...ja... Oh, die Nova kann ich auch nicht. Ich kann mich jetzt gerade mal selber heilen. Was ist denn heute los mit dem Deck? Sind die Diener woanders in der Kneipe unterwegs und saufen sich ein? Oder wie soll ich mir das erklären, dass hier auf einmal nur Zauberkarten drauf sind? Ich meine, ich habe sehr viele da drin, das ist schon klar. Ich überlege gerade, was ich da machen soll, ich meine... Ich bin ein Meister der Magie! Und ein Meister der abgeklemmten Ohren. Sorry, Herr Waffen. Autsch! Okay, das ist übel. Ich glaube, das sollte ich mal... ...unterbinden. Ich glaube, ich weiß auch, was mit dem Deck hinausläuft. Holy Dover! Ich will noch mal so komplett ohne Diener zu spielen, das hat man auch nicht alle Tage. Ach, obwohl ich gleich eine sehr, sehr geile Kombination machen. Stellt euch vor einen... ...Gurabashi-Berserker, der von Anfang an sieben Angriff hat. Klingt das geil? Also, ich bin jetzt noch ein bisschen wuschig. Oder... ...14 Angriff. Ich glaube, das könnte gefährlich werden. Aber ich denke mal, sieben Angriff soll mir erst mal reichen. Weil nämlich, ich kann das auch noch nachträglich verdoppeln. Und der hat eh einen Buff drin. Das nächste, was ich anbekommen würde, wäre 10. Das wäre auch vollkommen in Ordnung. Und ich könnte auch hier mein Leben wieder heilen. Das ist auch in Ordnung. Wahrscheinlich wird das jetzt aber eh removen. Drei Schaden. Oh, das tut aber weh. Hm. Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen allen zeigen. Okay, warum geht das? Einfach mal. Okay, das ist jetzt so ein bisschen die Partybremse. Ja, drei Karten. Kann ich damit irgendwas ziehen? Kann ich vielleicht selber mal heilen. Oh, jetzt bräuchte ich dringend. Das Ding müsste ich dringend ausspielen. Weil da müssen die mich alle auf den gehen. Mal sehen, was du jetzt noch machst. Ich meine, gut, du kannst mich beinahe tun. Oh, shit. Ja, jetzt geht es ja wahrscheinlich darauf. Weil die seine Garten jetzt nämlich komplett nutzlos geworden sind. Ja. Wieso? Komm schon. Wirst du das raushauen? Okay, ich habe da so ziemlich versagt. Immerhin, so endet das wenigstens in altbekannter Manier mit einem Krater, da wo normalerweise mein Held sein sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war es dann auch erstmal wieder von meiner Seite. Und ja, ob ich dann wieder weiterspiele, hängt davon ab, ob ich hier mal irgendwie was reißen kann. Ob ich ja Lust habe, Videos aufzunehmen. Und falls das der Fall sein sollte, bis dann. Schau. Vielen Dank.